so herzlich willkommen zurück und wir spielen jetzt kapitel 9 und ja wir sind eigentlich auch dafür viel zu schwach aber naja wir haben einfach das beste draus und das ist will ja als zuflucht oder seine speisekammer vorsichtig durch die verderben es ist die luft ganz ganz wenn wir nicht rauskommen muss ich kann ja dann versuchen muss besser dass nicht trotzdem muss die frage wo muss ich jetzt hier lang wir sind sehr verwirren hier hat er gut da geht es auch was du wir müssen hier hin und da man eben falls wir brauchen sollten aber bringt uns nichts alles gab doch ein paar dinge dabei aber nicht zu mir hier ist nix ist nix besuchen aus ok alles kann hat funktioniert ach du scheiße und ja noch ein entgegen jetzt hier der ist auch schön am schnaggeln hier was macht er da müssen wir dabei zu sehen ja ja ganz so hart gas ist einfach kurz und ja sieht auch gut aus ja das sind so weg schmeißen wo ja um nicht wieder gut aus wo ich bloß nix Ach du Scheiße. Wie war das jetzt so, Ballas? Wie war das so, Ballas? Boah. Alter Schwede. Das irgendwas bringt. Ich schenke... Ich schenke... Der ist auch schlecht zu treffen, ohne Scheiß. Der trifft mich auch direkt. Ich schenke... 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 Nee, dann lädt ich auf Nein Oh man ... ... ... ... ... ... ... Holger Schwede Kriegt ihr doch irgendwie nicht richtig verletzt Was ist nervig? Was ist nervig? Was ist nervig? Das ist eine anstrengende Kacke. Aber das ist eine Anstrengende Kacke. Oh Gott, voll Konzentration hier. Nein, nein, nein. So, er hat sich für den selten geheilt hier. Alter Schwede, wird ja immer mehr hier. Oh, der hat mich erwischt. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich hab den jetzt schon so weit runtergekriegt. Oh wei. Ja, ich trauen den ja jedenfalls. Okay. Das ist jedenfalls schon mal anstrengend. Einfach wird das nicht. Ja. 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 Ist ja widerlich. Müssen wir dabei zusehen? Nein. Und wir legen auch direkt los. Ja. 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 Und wir legen auch direkt los. Ah, der hat mich erwischt! Ich hab mich jetzt auch erwischt, ey, das ist doch nicht mehr normal hier! Ah, ätzend! Oh, der hat mich erwischt! Hallo, Stengelfest! Suche deinen Sohn! Alter, Schwede! Widerliche Verdammnis! Das hat mich erwischt! Ah, leh, 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 leh! Das hat mich erwischt! Voll, oh, volle Konzentration hier! Nein! Da hab ich mir nicht drauf geachtet, dass er schießt! Das hat mich erwischt! Okay, das wird jedenfalls nicht einfach! Das hat mich erwischt! Das hat mich erwischt! Das hat mich erwischt! Das hat mich erwischt! Die Kristalle! Die Kristalle! Die Kristalle! Wenn ich nicht wegkam! Wenn ich nicht wegkam! Nein! 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 Das geht schon mal gar nicht! Das ist wieder ätzend! Und ich würde auch sagen, dann ist die Folge auch schon beendet! Und ich würde versuchen, dass wir da nicht untergehen! Bis dann! Ciao! Ciao! Ciao!